herausforderung es gibt eine hauptdings und zwei kleine herausforderungen und wir machen immer die große zuerst und dann die zwei kleinen also zu besetzt so was ihr die schon die letzte von dem beispiel macht ja ich weiß dann gehen wir zum dritten sondern nach der manchmal eine schwere ich auch aber wir können ja weil auch alle durch machen und dann haben wir alle durch oder das hätte ich nämlich auch vorgeschrieben weil dann haben auch die ganzen fähigkeiten und sagt ist dabei aber bewegt sich nicht ja voll ist so jetzt Ein anderes Video jetzt. Ich habe noch nie gesehen, das Video. Das ist ein Video. Ich habe noch nie gesehen, da haben wir eine neue Reibe. Ich habe die Reibe. Ich habe die Reibe. Ich habe die Reibe. Was? 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 Wolle, ihr Kindes! Es gibt die Leute, die wir uns durch die Hunde verholt. Das ist nicht so, was wir? Was? 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 Ok, gut, ich kann die auslösen. Ich habe da auch eine Falle auf dem Schwern. Heulah? Warlex? Ich muss ja nicht, dass der Affe anfängt vom Spiel. das hat jetzt auch anfangen zu spielen und es hat sich nicht dann darf er doch überhaupt nicht aufzuspielen wir hatten Affenspaß war da wieder still was ist das? Hast du bist das so eine Peach, oder? Keine Ahnung, ich hab nur was aufgemacht Alter Gut, ich brauche einen anderen Auftrag Öffne die Tore Nehmen wir mal, das heißt folge den Kabel Ja, Tore Ich bin aufgemacht dabei Ich bin aufgemacht Gehe der Verkabelung links mal nach Gehe der Linken Gehe der Linken, Alex Nein, da oben teilt sich's Ich gehe der Linken Da sind überall Sprengfeind Irgendwer wurde entdeckt Ich 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 habe ihn nicht gesehen Ich werde ihn einschreiten Portuguese Ich werde ihn Logische hin Ich habe ihn aber einfach Schraubst Auf terminen Anht's Ach, ich liebe dieses Spiel. Marius auch. Ok, ich habe ein Kabel, ich weiß jetzt nicht wie viele wir brauchen, ich habe nicht geschaut. Hier. 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 Ja, da habe ich nochmal zwei. Hier. Hier. Oh ja, ich bin in den Weg. Was? Hast du das nicht schon vorher gesagt? Oh. Oh, was ist das für die Kabel? Ich glaube wir haben alle, wir haben 3 Schalter und ich weiß jetzt nicht, ich glaube das ist unten. Oh mein Gott, oder meinst du der hier zum Entschärfen? Die Tür ist schon offen, ja die ist ja zum Entschärfen für mich. Oh mein Gott. Die erste Tür ist offen, was oh mein Gott, renn durch die Tür. Die kommt durch die Tür, du bist schon durch die Tür, weißt du aber du rennst schon die ganze Zeit durch die Tür. Ja, dann sagt uns nichts. Nein. Dann lasst uns da umsuchen. Kannst du mich verstecken? Ja. Ich bin gleich doof, aber. Ist gut? Ist gut. Ist die mir fertig oder das? Wollte ich dir schon zu den nächsten Wörter suchen? Dann geht's gut. Ja, sie kommen. Ja. Was machen wir so ein Netz eigentlich? Die nächste Tür. Wir müssen die Türen öffnen. Tür 1 ist jetzt fertig oder jetzt die nächste? Wer ist denn hin? Wer ist Alex? Die ist so ein Biest, Alter. Einen fehlt noch hier. Das habe ich da drin. Ich war abgekautzt, deswegen. Achso, ich dachte du bist den Kabel entlang. Nein, ich geh jetzt den Kabel entlang. Ich weiß halt nicht, welches ich durchschwimmen kann. Der fehlt noch, ja. Den, was du da jetzt hast. Da habe ich den. Der ist schon entschärft, hat er. Und dann fehlt der Teil noch. Da habe ich da ehrlich gesagt noch mal aus. Dr. Daddy, does that look suspicious to you? Over there! I'll love some general, you schmutzhubber! Das geht genau vor mir. Und da geht ein Tor durch und da ist... Da geht das Kabel durch. Da müssen wir irgendwie durch. Daddy, call me Mother Gooseberry in front of the children. There they are, Daddy! Wenn man einer so um Psychosiker als findet. Ja, komm mal her. Norbert wurde entdeckt. Ja. Da müssen wir durch. Ich komme nicht mehr raus, Alter. Die ist da unten. Ah, ok. Ich bin eigentlich tot, Alter. Bist du eigentlich tot? Dann heilen. Ich bin tot. Warum du dich nicht heilst? Du hast die Heilung. Was? Ich bin tot. Ja, ich versuch Arbeitzuholen. Jetzt müsste es gehen oder? Ja. Oh, Ok. Ich bin tot. Ja, ich heile ihn gerade. Ich heile ihn gerade. Ich heil. Er ist da. Okay. Fast. Robert, heil uns dann. Ja. Da Alex. Ja, ich hab die Tür noch zugemacht. Traumatisch. Sehr gut. Warte, sie kommt, sie kommt. Jetzt lassen wir sie rüberhüpfen und dann hüpfen wir rüber. Tschüss. Nein. Das war nicht der Plan. Ich glaube, ich warte gleich durch. Hier müsste ich eigentlich offen sein. Ich hab einen entschärft. Die Frage ist, wie geht's dafür? Ewig, so. Da ist durchgekommen. Da drüberhüpfen. Ja. Norbert ist vorbei. Da wo? Das ist fake Norbert. Da ist fake Norbert hin, sonst. Fake Norbert hat Norbert. Da kommt noch einer. Versteck dich mal. Da kommt noch einer. Versteck dich mal. Woah. Da ist noch einer. Ja. Das ist doch der Punkt. Das ist doch der Punkt. Was ist doch der Punkt. Also, mit disclosure. Ja, ja! Ah! Das ist das. Slow down! Ich wollte nur die Hilfe. Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Come here! Darling! Ich gehe durch das Tor durch und dann müssen wir wieder Kabel suchen. Das wird jetzt die ganze Zeit zu gehen. Warte, ich zeig uns was dann durchzummen. Das wir suchen jetzt ganze Zeit. Hast du, ich wusste nicht, dass wir die Tür suchen. Wir sind genau neben der Tür gesessen, nämlich die ganze Zeit, wo wir versteckt waren. Da gibt's rechts die Tür. Dort, wo du in dem Almer gesessen bist, geradeaus. Dort, wo du in dem Almer gesessen bist. Du siehst du in dem Almer gesessen bist, oder? Du siehst du in dem Almer gesessen bist. Der ist, der ist, der ist, der ist, der ist. Der ist, der ist. Ich habe mir eine Schreuzschule in meinem Schrauch. Ich bin ein Schreuzschule. Es ist nicht so, dass ich sie nicht gesehen habe. Es ist nicht so, dass ich sie nicht gesehen habe. Ich bin ein Schreuzschule. Ich habe einen Schreuzschule. Geh raus, wo auch du sein kannst. Oh ich finde, die arne ist Ah Das ist mir der Arne Das ist mir zu sein Oh ich hab Of sie kommt nach Wieisch Wieisch Was sie kommt? Wieisch Oh shit Oh shit Ich komme Ich bin 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 Ich glaube, das waren dann schon alle. Ich glaube, ich habe eins oder zwei schon. Ja, Tor 3 ist offen. Das ist da genau bei uns. Ich glaube, du rennst weg vom Tor wieder. Norbert, du hast sie wieder auf uns gelockt. Bereits ist das Tor dran. Norbert, du musst aufpassen, wo du durchläufst. Du laufst immer durch die Glasscheibe und lockst die Gegner zu uns. Vor allem läufst du wieder zurück, weil da das Tor ist. Aber nimm uns. Set sich vor dir aufgemacht und rennst weg. Klasse. Vorsichtig entdeckt, okay? Ich lockste wenigstens weg von dir. Okay, ich lockste doch nicht weg von dir. Komm her, komm her, komm her. Ich bräuchte so ein Psychose-Dings noch, eins. Leute, das sind zu viele. Ja. Das sind jetzt wirklich viele, weil jetzt ist der Große auch da. Ja, da geht's nicht da. Ich muss mich nur irgendwo verstecken. Da ist ein Misskübel, ja. Ja, er kommt. Ja. Ja. Okay, Alex. Wer geht's? Wer geht's? Wer geht's? Wer geht's? Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Jetzt ist, der Ei ist durch. Nein, den Schärft und jetzt... Achso, dann das hast du, okay? Willst du ein bisschen weiter weg jetzt? Was machst du denn nur die ganze Zeit, Nobcy? Ich bin tot, oder? Das ist, weil du die ganze Zeit nur hin und her rektisch läufst, Norbert. Du rennst nur hektisch hin und her die ganze Zeit. Ich sehe nur rennen und rennen und rennen und rennen und da kommt einer und da kommt einer. Schleich doch, versteck dich. Bleib versteckt bis sie dich nicht mehr sehen. Komm raus. Ich habe halt keine Spritze bis jetzt, also. Dann liegt sie wahrscheinlich noch dort. Bleib, bleib, bleib. Ich kann nicht ihn looten. Die sind noch nicht drin. Ich kann nicht ihn looten, Harald. Ich kann nicht ihn looten. Ich bin bereit. So, ich bin da. Da ist der Große. Scheiße. Bei mir ist ein Großer. Bei mir ist eine. Bei mir ist eine. Bei mir ist eine. Ich glaube, man droppt das. Es geht alles am Boden, glaube ich. Nein, das bedeutet nichts. Wir werden immer kreieren. Oh, das sind beide jetzt. Ja. Ich glaube, ihr habt leider nur die vordere markieren können. Ich habe seine 60 für noch bezogen. Ja. Ich versuche den gegen zu kommen irgendwie. Okay. Ja. Okay schon. Wo kommt's? Wo kommt ihr zwar? Hey, ihr Zuckerschnecken. Wow. Bist du? Das ist ein großer Fahrzeug. Das ist ein großer Fahrzeug. Das ist ein großer Fahrzeug. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ja. Und du hast recht. Nehm nach die Medizin. Norbert, nehm die Medizin. Und lauf. Ja. Nein. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Die Mutter ist bei mir, Mami, Mami habe ich markiert vor mir, oh, Mami. Der Trottler hat das echt zu wenig entzogen. Ich weiß auch jetzt nicht, wie viele noch fehlen von den Kabeln von Helfen. Alter, ich habe mich verdrückt. Wir müssen dann mal weg sein. Ja, aber ich bin nicht so langsam. Schauen wir mal da drin sitzen. Alle sind bei mir, an der links, an der rechts. Ja, das ist mir gerade, gegen. Nichts. Immer nichts. Geh zurück. Geh zurück! Geh zurück! Mama! Du besser bist! Vielleicht. Mama! Mama! Ich geh immer außer sie, ich bleibte Spontäne und verstehe Gitarren ab. Was geht dann jemals? Du bist auch da? Ja. Ich glaube, dass eins die Treppen runter ist, wo eine Mine ist. Aber ich hab halt nicht gerade Eis auszuwerfen. Wo der Große steht, da gibt es nämlich Treppen runter. Daher konnte ich aber bis jetzt noch nicht hin, weil da eine Falle liegt. Direkt bei den Treppen. Ich glaube, er ist noch immer oben. Der ganz Große ist bei mir jetzt dort. Ich schieße die Falle weg. Ja, warte, stell doch so einen Kreischer. Und links ist ein Poster da. Ja. Hast du was zum Schießen, Norbert? Das ist mir nichts. Hast du das da noch? Wie ist das der anderen? Er steht genau da. Hast du einen Rückenblick nicht? Ja. Ja. Stimmt. Das sehe ich. Ist ja gut. Oh. Das klingt wie Essen. Du hast ihn! Oh. Guck mal. Verlassen wieder. Wow. Okay, der Schotter ist gleich da. Ich rufs ja mal, aber das sieht Uhgegner. Ist das schon da? Ist das schon da? Ist das falsch? Geht nicht weg, oder? Ist das schon da? David, komm her! David, folg mir! David, du sollst mir folgen! Willst du Shuttle, gibst du Schmalix? Ja, es ist schon da, ich freue mich, das ist die Bitch! David, komm, 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 komm! Ja, sehr gut, zumachen! Danke! Danke! Sehr schön! Stark in A, oder? Stark! B plus! Stark! Stark! Du musst ruhiger spielen! Du bist viel zu hektisch und so! Auf Stress und so! Wie hast du eigentlich damals Outlast geschafft? Da musst du doch auch entspannt sein! Du musst doch auch entspannt sein!